Um keine Verschlechterung im Gesundheitssystem zu verzeichnen, das wird doch so bleiben. Versuch ruhig zu bleiben. Fuck! Ich kenne ein paar Typen, die kaufen uns den kompletten Scheiß ab. Ich hab dir schon zehnmal gesagt, ich verkaufe das nicht. Was willst du denn damit? Womit verdienen sie ihre Geldkette? Du siehst nicht aus wie ein Hausmeister. Er ist ein Professionell. Er hat bereits in die Pharmazie gebrochen. Willst du die Anfassungen übernehmen? Sind Sie ernsthaft? Natürlich, ich bin ernsthaft. Let's experiment. Ich bin ernsthaft. Ich bin ernsthaft. Weil wir die Anfassungen übernehmen. Ich bin ernsthaft. Ich bin ernsthaft. Ich bin ernsthaft. What is your profession, Kato?